Kocken Sie die Zitrone mit dieser Zutat, um überschüssiges Fett zu entfernen und Gewicht schnell abzunehmen. Heute teilen wir mit Ihnen ein natürliches Aufnehmmittel mit einem phänomen Ergebnis gekockter Zitrone. Tatsächlich hat eine spanische Apotheke herausgefunden, dass der regelmäßig Verzehr von gekockter Zitrone in Kombination mit einer ausgewohnen Ernährung Ihnen helfen kann, bis zu 10 kg abzunehmen. Sie können Zitrone oder Limatte verwenden, da der Nährwert und die potentiellen Vorteile für die Gesundheit gleich sind. Sie benötigen zwei Limatten oder Zitrone und entstarten in einer Schüssel. Vitamin C in Zitrone und Limatte hilft bei der Bekämpfung von Entzündungen, die an Fettschleibigkeit verursachen werden. Es erhöht den Fettabbau und verhindert, dass die Glucose ins Fett umwandeln. Außerdem halten Sie Ihr Fettdäumsystem gesund und entspendige Stoffe aus Ihrem Körper, die sich ansammeln und zu einer Gewichtszunahme weiterführen können. Wir müssen ein gutes Fettdäumsystem und ein zu sinnfreier Körper erwähnen, wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren und den Körperfettgehirn zu reduzieren. Allerdings reicht allein das Korken von Limetten nicht auch, um schnell abzunehmen. Wir empfehlen daher, mit diesen Zutaten zu korken, die Ihnen dabei helfen können, den Gewichtverlust vielmals zu beschneuligen. Sie benötigen drei Gramm Fischen-Ingwer und zwei Knoblauchzehen. Kombinieren Sie Knoblauch mit Limette oder Zitrone, um das Energie hinzusteigen. Einer im Journal of Nutrition veröffentlichte Studie zeigt, dass Knoblauch die Fettverbrennung stimuliert, um ein gesundes Körpergewicht zu halten. Es ist auch ein Appetites Züchtler, damit Sie den Lingen satt fühlen und nicht viel essen. Wenn Sie in dieses Rezept Ingwer geben, kann er die Verstoffungen in Ihrem Dichtdarm reduzieren, um eine natürliche Reinigungswirkung zu füllen. Durch die Entspendung von Giftstoffen durch den Darm werden Sie Gewicht aufnehmen. Geben Sie nun Knoblauch und Ingwer in einen Mixer. Dann den Limatensaft in den Mixer geben. Sie müssen diese Zutaten mischen bis eine homogen Mischung. Danach gießen Sie diese Mischung in einen Toff. 1 Liter Wasser hinzufügen. Nun kochen Sie es für 5 Minuten und schalten Sie den Herz aus. In diesem Teil werden die Nährstoffe in den Zutaten im Wasser freigesetzt, wodurch ein magischer Getränk Ihnen helfen kann, sehr schnell abzunehmen. Nach 5 Minuten schalten Sie den Herz auf und lassen sich aufkühlen. Nachdem die Mischung abgekühlt ist, ist Ihr wirksame Abnehmen Getränk fertig. Gießen Sie es in eine Tasse und trinken jeden Morgen auf leeren Magen. Die angegebenen Dosen reichen für 2 oder 3 Tage aus und das Getränk kann im Kühlschrank aufbewahrt und vor Gebrauch können Sie dann trinken oder ihn wieder aufnehmen. Fangen Sie süß mögen, fügen Sie einen Teelöwenhonig hinzu? Nicht mehr! Wenn Sie dieses Video nützlich finden, geben Sie es an Ihre Freude weiter und klicken Sie auf Abonnieren, um weitere Rezepte und Tipps für das Gesundheitswesen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!